Eure Seitenkistchen! Genau, Lina! Und Sebastian hat hier noch die letzten Clips bekommen. Komm mal her hier, was hast du ihm noch mit auf den Dicke gegeben? Ja, das wäre gut, dass wir uns gehofft haben. Das passt schon! Aber das ist ja ein toller Tipp. Da werde ich ja nie drauf bekommen. So, Sebastian hat den Nigel Menzel Gedächtnisbart abgenommen. Muss dich hier noch einflüben lassen. Ja, an und aus. Auch nicht so ganz einfach. Sepp, wie viel Power hast du unter dem Arsch? Kann ich nicht sagen. Strengeheim. Strengeheim, wie viel PS hat er? Genug. Genug, ihr seid ja ganz toll. Wir sind wirkliche Auskünfte wie im Team von Sebastian Vettel. Jetzt noch mal ein Schluck aus der Red Bull Dose. Viele Knöpfe. Sepp, welche Bedienungsanleitung ist das hier? Geht nicht. Geht nicht, das geht ja gut los. Geht nicht. So, und jetzt müssen wir mal zur Seite gehen. Sebastian Vettel, der dreimalige deutsche Formel 1 Weltmeister. Sucht hier immer noch den Startknopf. Also das lief am letzten Sonntag schon besser am Nürburgring. Und liebe Zuschauer, Sie haben es ja gesehen. Letzten Sonntag sein erster Heimsieg am Nürburgring. Aber das hier ist dann noch mal ein Spielchen besser und auch spaßiger. Das Red Bull Seifenkistenrennen hier in Haken. Mit dem dreimaligen deutschen Formel 1 Weltmeister. Sebastian Vettel am Start. Mit diesem wunderbar tollen roten Mobil. Sie sehen hier hinten den Heckflügel. Blauen Licht hat er dabei. Blauen Anzug hat er an. Und jetzt, weil es los geht. Die G-Kräfte gehen an den Start. Sebastian Vettel greift schon mal ins Lenkrad. Und der Motor fängt schon an zu rauchen. Eben haben wir ja einen V12-Motor gesehen. Diese PS hat Sebastian Vettel. Hinten zwei, vier, sechs, sechs G-Kräfte. Und jetzt hoffen wir mal, dass die Kiste angeht. Sebastian Vettel bekommt das Stop-Siegeimer. Und jetzt klick auf. Sebastian Vettel geht auf die Reise und jetzt feuern sie ihn an. Den dreimaligen deutschen Formel 1 Weltmeister. Er ist auf der Strecke. Mit seiner Handi Heidi. Heute mal in einem ganz anderen. Auf geht Sebastian Vettel. Schauen Sie sich diese Wackelbilder an. Er greift ins Lenkrad. Klingt doch mal sein Fest. Aber Settel muss sich konzentrieren. Schön nimmt er diese Schikane. Schauen Sie sein Lenkrad an. Stimmt alles. Den fängt doch mal mit der rechten Hand. Und die Menschen sind im Eifert. Schöner blickt. Aber was passiert da plötzlich? Was passiert da plötzlich? Drifte auf halber Strecke. Die Vettel sind völlig einfach ran und ran. Schwert in die falsche Richtung. Sebastian Vettel als Geisterfahrer hier in der Haftung. Jetzt weißt du nicht wo das Ziel ist. Was ist los? Was ist los hier? Motorschlagen auf halber Strecke hier bei Sebastian Vettel. Und kann man den Wunsch da? Kann man ihm helfen? Der AGC 2 erklärt ihm nochmal die Fahrträfte. Junge, du musst drehen. Du musst drehen. Ansonsten kommst du niemals ins Ziel. Jetzt hier im Startbereits. Werden wir die G-Kräfte. Wir sind los konzentrieren. Weißt du, der Formel-1-Weltmeister, der ist in den Bambi. Ja! Und hier wieder, auf der anderen Perspektive, sehen wir den deutschen Formel-1-Weltmeister. Hier in Harten-Live beim Seifkisten-Enden von Nettel. Und schön nimmt der Fahrt auf. Die Kiste raucht, die raucht wunderschön. Eben haben wir die G-M-A gesehen. Die hat man schon ordentlich auch abgegeben. Aber der Seif, der bringt hier nochmal ins Publikum. Sein Puls bestimmt schon bei 170. So wie es bei seinen drei WM-Titeln auch war. Unglaublich ist seine Anspannung. Jetzt vor die Ziele. Und jetzt hat er den Atem an. Sinkt es auf den Ziel rein. Mit einem wunderschönen Sprung. Sebastian Vettel, da wird der Adel nicht durchgedrückt. Sebastian Vettel, riesen Applaus im Ziel für den deutschen Formel-1-Weltmeister. Sebastian Vettel, hier in Harten beim Seifenkisten-Rennen von Red Bull. Sebastian, das war ein hammer Sprung. Die originale Super Mario-Ruppe, ja? Ja, das hat leider nicht ganz so hingehauen, weil... Ja, West-Maschel-Effekt praktisch wieder hochzufahren auf halbem Wege. Ist daran gescheitert. Ich hab da auch nicht durch. Ich hab das auch nie gemacht. So. 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 Ja, das ist die Kette. Dann hatte ich keinen Front. Okay. Dann musste ich praktisch die andere Variante wieder wieder runterzufangen. Sebastian, so ein bisschen Seifenkiste, ist das schon ein Kindheitstrahl von dir? Na ja, ich sag mal, ich hab's eigentlich gesagt, lieber mit dem Motor. Also, Bergab ist schon gut und macht schon Spaß. Vor allem der Zielsprung hat mich ein bisschen überrascht, aber... Da braucht man doch ein bisschen Mut. Hast du denn Angst, dass du kommende Woche in Budapest irgendwie vielleicht hinterm ein bisschen vorst? Nein, das Kostüm hat mich gerettet. Hast du denn schon da drin, ja? Ja. Super. Nein, natürlich nicht, aber... Aber Sebastian, trotzdem ist das hier der wichtigere Grand Prix. Das ist das wichtigste Grand Prix eigentlich in Deutschland. Das hab ich ja ordentlich verkackt jetzt. Was? Ja, okay. Das weiß ich nicht. Das müssen sich die anderen auch alle... Das müssen sich die anderen auch alle... Das müssen die anderen sich auch alle dann beim Nürburgring. Ja, ich hab ehrlich gesagt, nur ein bisschen Sand im Auge. Sebastian, vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, kein Problem, gerne. Das war's einfach. Tschüss. Und viel Erfolg im Budapest. Ja.